Heute ist Sonntag und es ist der zweite Sonntag seit dem letzten Sonntag, wo wir Verbindung gemacht haben. Das heißt also, es ist der zweite Sonntag. Also wir machen heute wieder eine wunderbar schöne Holzverbindung. Und das macht ja auch viel Sinn, denn am Freitag haben wir mal geschaut, welche Japan-Sägen es eigentlich so gibt und welche wir so brauchen. Und heute brauchen wir natürlich wieder eine und ein großer Trommelwirbel, welche nehme ich. Die hier. Die Dozuki. Mal gucken, ob ich mit dieser Wahl richtig liege. Wer das Video gesehen hat, weiß, dass es wahrscheinlich gut aussieht. Heute machen wir, nachdem wir uns jetzt ja schon einige Basic-Verbindungen angeschaut haben, wieder einen absoluten Klassiker erstmal, nämlich die ganz klassische Schwalbenschwanzverbindung. Die habt ihr bei mir schon oft gesehen. Ich habe dazu auch schon mal was gesagt. Heute sage ich dazu nochmal ein paar Sachen, vor allen Dingen auch ein paar wichtige Sachen für alle, die zum Beispiel in der Lehre sind oder Meister sind oder so. Einfach, weil ich glaube, dass da so ein bisschen etwas noch nicht ganz durchgedrungen ist. Vor allen Dingen zeige ich euch auch einen super coolen Trick, wie ihr das mit der Schwalbenschwanzeinteilung ganz, ganz einfach macht, ohne messen, ohne rechnen. Ein bisschen messen müsst ihr schon. Ihr müsst zumindest wissen, wie dick euer Holz ist. Das machen wir gleich an der Tafel. Zuallererst wieder wie immer. Wir gehen davon aus, dass euer Holz gut abgerichtet ist. Wie das geht, könnt ihr bei mir auf dem Kanal finden, wenn ihr es mit der Abrichte macht oder mit den Handhobeln. Beides ist da zu sehen. Und wir gehen natürlich auch davon aus, dass die Stemmeisen scharf sind. Wir nehmen heute mal andere als sonst. Welche das sind, sehen wir nachher. Denn wenn man so aufräumt, findet man ja doch immer wieder schöne Sachen, die man hat und denkt sich, oh, nice. Man freut sich. Und noch ganz kurz zwischendurch gesagt, ganz viele, unendlich viele, haben gesagt, das Veritas-Streichmaß, was du so gut findest, gibt es nicht. Ist das von Diktum auch gut? Ich habe mir das von Diktum jetzt geholt, einfach um es anzugucken. Wir werden heute sehen, ob es gut ist oder nicht und ob es ausreicht. Auf den ersten Blick würde ich sagen, ja. Aber sehen ist nicht so gut wie ausprobieren. In diesem Sinne wechseln wir jetzt wieder wie immer die Perspektive, schauen auf meine Hände und auf die Werkbank und legen los. Aber eine Sache noch ganz kurz. Ihr werdet euch wahrscheinlich direkt fragen, warum liegt hier Multiplex auf deiner neuen Hobelbank und warum eine Decke? Ich möchte meinen neu gebauten Schatz nicht gleich mit dem Stecheisen zerdonnern. Passiert wahrscheinlich nicht, aber wir werden zum Stemmen das jetzt hier mal als Unterlage nehmen, denn die Hobelbank ist ja doch ganz nett. Jetzt aber, Klappe zu, los. Wie durch Zauberhand ist meine Unterlage jetzt auf einmal aus MDF. Aber wir können besser sehen, was wir sehen wollen. Was wir also als allererstes natürlich wie immer machen, ist, wir stellen unser Streichmaß auf die Stärke des Holzes auflassen. Also einfach hier einmal runterfallen. Wie ein Streichmaß funktioniert, verlinke ich euch oben links. Und dann reißen wir ganz normal einmal rundherum an. Beide Teile gleich. Jetzt müssen wir uns ja hier einteilen, wie unsere Schwalben aussehen sollen. Das machen wir jetzt einfach, auch wenn das den meisten jetzt missfallen wird. Einfach mal Pi mal Schnauze. Warum und wie man das macht, habe ich ja schon gesagt. Das erkläre ich gleich nochmal an der Tafel. Und dann gibt es auch noch das wichtige Wissen, was sozusagen, ein bisschen wenig, elementar ist für jeden, der sozusagen Tischler lernt, Tischler schon ist oder wie auch immer. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Jetzt machen wir erstmal hier nur unsere Einteilung. Gucken wir mal, dass das so halbwegs aussieht, wie wir das ganz gut finden. Ich glaube, das finde ich ganz gut. Also wir haben jetzt sozusagen hier jeweils einen halben Abstand, hier zwei und hier einen. Warum Abstände, kommen wir gleich zu. Wir spannen das jetzt erstmal hier in die wunderbare HNT Gordon Zange ein und benutzen ein wichtiges Hilfsmittel, zu dem ihr schon viele Fragen gestellt habt. Wenn wir jetzt hier unsere Einteilung gemacht haben mit den Maßen, dann müssen wir das Ganze natürlich noch nach unten verlängern, damit wir auf die Materialstärke kommen, die wir am Ende haben wollen. Denn das soll ja am Ende so zusammenpassen. Und da könnt ihr euch natürlich eine Zinkenhilfe selber bauen oder ihr nehmt, so wie ich, eine von Veritas und da stellt sich jetzt natürlich die Frage 1 zu 8 oder 1 zu 6. Was ist der Unterschied? Ganz einfach, 1 zu 6 ist in der Regel für Weichhölzer, 1 zu 8 ist in der Regel für Harthölzer. Ahorn ist in dem Fall ganz klar ein Hartholz, deswegen würde ich 1 zu 8 nehmen. Ganz ehrlich gesagt, auch bei Weichhölzern nehme ich 1 zu 6, 1 zu 8, Entschuldigung. Also 1 zu 6 benutze ich eigentlich fast nie. Weitere Sachen zur Einteilung kommen gleich an der Tafel. Der eine oder andere hat vielleicht auch 1 zu 7 im Kopf. Das ist so ein Mittelding, was auch gerne mal in der Schule vermittelt wird. Am Ende seid ihr mit 1 zu 8 eigentlich nie falsch. Jetzt zeichnen wir das einmal nach unten an und dann geht es ab zur Tafel. Bevor jetzt jemand schreit, oh Gott, das was du gemacht hast, ist ja gar keine klassische Zinkeneinteilung. Ich weiß, zu diesem ganzen Thema kommen wir gleich. Wir schauen uns jetzt zuallererst mal an, wie wir so eine klassische Schuleinteilung eigentlich vornehmen könnten. Denn das ist eigentlich viel einfacher, als das oft vermittelt wird, wenn man den Trick kennt, den ich euch jetzt zeige. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das wäre jetzt hier Maßstab 2 zu 1, also doppelt so groß wie in der Realität. Das hier ist unser Stück, das ist 10 cm breit. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie machen wir denn das? Wir brauchen ja Zinken und Schwalben. Und wenn wir uns die anschauen, sehen wir, wenn wir das jetzt hier mal so ganz, ganz vereinfacht zeichnen, alles klar. Wenn wir hier gucken, die Einsen sind die Schwalben und die Zinken, dann sehen wir, eine Schwalbe ist standardmäßig doppelt so breit wie ein Zinken. Also zwei Teile und die Zinken sind ein Teil. Das heißt, wenn wir das wissen, haben wir schon mal einen ganz wichtigen Schritt abgehakt. Nämlich, wir wissen, das eine ist doppelt so groß wie das andere. Und wenn wir uns jetzt überlegen, okay, ich habe dieses 10 cm Stück, ich hätte hier jetzt ganz gerne, sagen wir mal, wir fangen mit einem Zinken an, also mit dem Leerraum. Dann nehmen wir eine Schwalbe, einen Zinken, eine Schwalbe, einen Zinken, eine Schwalbe, einen Zinken, eine Schwalbe und einen Zinken. Das heißt, wir hätten jetzt hier unsere Einteilung und wissen, okay, wir haben schon mal vier Schwalben. Vier Schwalben und wenn wir jetzt nachzählen, dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf Zinken. Und jetzt haben wir ja eben gerade gelernt, eine Schwalbe braucht doppelt so viel Platz wie einen Zinken. Das heißt, wir können das hier mal zwei nehmen, dann haben wir acht. Und die Zinken zählen als Einzelteil, also mal eins bleibt bei fünf. Und wenn wir das jetzt zusammenrechnen, dann haben wir 13 Teile. Und jetzt ist natürlich die Frage, gut, jetzt habe ich 13 Teile und 10 cm. Wie geht das? Keine Sorge, wir müssen überhaupt nicht rechnen. Wir nehmen jetzt einfach in diesem Beispiel unsere 13 Teile als 13 cm, zeichnen uns jetzt das Ganze hier einfach an, gucken von der einen Ecke, wann treffen die 13 cm auf die gegenüberliegende Fläche, ziehen uns hier eine Linie, zack, markieren uns einmal ganz genau alle Zentimeter. Das ist jetzt bei mir natürlich nicht ganz so genau, wie wenn ihr das macht, weil ich hier an so einer Tafel stehe. Und wenn wir jetzt hier nachzählen, stellen wir fest, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Teile. Wow. Wie einfach war das denn bitte? Sehr einfach. Und wenn wir jetzt uns diese Teile hier hochziehen, dann haben wir da oben ganz einfach unsere Einteilung. Wir haben eigentlich dafür, wenn man ganz ehrlich ist, nicht rechnen müssen, weil diese kleine Malrechnung da, die zählt ja nun gar nicht. Und so können wir uns das hier einfach hochziehen. An alle, die schreiben, ich solle Berufsschullehrer werden, da muss ich noch ein bisschen an der Tafel üben. Aber danke, dass ihr das immer schreibt, das ist sehr nett. So, wir machen das jetzt hier einfach mal rucki zucki, denn das soll ja hier kein Zeichenwettbewerb werden, sondern darum gehen, dass ihr das versteht. So, und was dabei schon ganz klar ist, diese Einteilung geht viel schneller, als wenn wir rechnen. Und das geht natürlich noch viel schneller, wenn wir nicht nebenbei das an der Tafel zeichnen und erklären. Und jetzt haben wir hier unsere Einteilung. Wir wissen also, okay, hier ist ein Zinken. Hier haben wir zwei Teile, das ist also eine Schwalbe. Hier haben wir wieder ein Teil, das ist ein Zinken. Hier haben wir wieder zwei, eine Schwalbe. Dann wieder ein Zinken, dann wieder zwei, eine Schwalbe, ein Zinken, wieder zwei, eine Schwalbe und ein Zinken. Und wenn wir das jetzt uns zusammen angucken, stellen wir fest, wir haben genau die Einteilung, die wir vorher haben wollten. Wir haben vier Schwalben und fünf Zinken. Und wenn wir dann diese Maße einfach ganz einfach auf unser Stück Holz übertragen, beziehungsweise wir haben ja in diesem Fall direkt auf unser Holz gezeichnet, können wir ganz, ganz entspannt von hier unsere Maße einfach runterziehen. Das sieht jetzt natürlich komplett fürchterlich aus. Und wissen dann genau, wo wir sägen müssen und wo nicht. Und so teilt man sich einfach durch Runterziehen, Schwalben und Zinken ein. Super einfach. Und jetzt noch ein anderes Wort, ein ernstes Wort. Das ist die Schulvariante. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Das ist wichtig, dass man Grundlagen vermitteln kann. Gerade in der Schule ist es ja so, es muss ja irgendwie abgefragt werden. Deswegen gibt es die klassische Zinkeneinteilung. Damit man sie abfragen kann, damit man sie prüfen kann. Und weil sie auch ganz okay aussieht. Aber Zinken und Schwalbenschwänze können eigentlich völlig frei eingeteilt werden, solange es halbwegs Sinn macht. Das heißt, wir müssen uns nicht in der echten Welt an dieser Einteilung halten. Es gibt Milliarden verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Größeneinteilungen, wie und was und wo. Und was ich euch einfach nur sagen möchte, ist, traut euch das zu machen, denn es funktioniert ja immer noch. Also A, sind die Zinken früher dafür da gewesen, dass sich die breiten Bretter nicht wölben. Die Zinken halten sozusagen das Ganze sehr stabil zusammen und in Form. Das brauchen wir heute nur noch bedingt. Und deswegen umso mehr sind wir in der Lage, völlig freie, interessante Formen zu wählen. Denn ich bin ganz ehrlich, so eine Standardeinteilung als Gestaltung zu beziffern, das ist Beschiss. Weil das ist vorgegeben. Und etwas, was vorgegeben ist, kann eigentlich kein Design und keine Gestaltung sein, weil es nicht frei gewählt ist. Also wählt eure eigenen Zinkeneinteilungen, habt Spaß damit, probiert das mal aus, weil dann wird es nämlich auch spannend. Wichtig, macht es vielleicht nicht in der Berufsschule, weil da wollen sie meistens das hier sehen. Jetzt Schluss mit diesen fürchterlichen Zeichnungen. Wir sägen. So, jetzt habe ich mal an einem Stück Holz ganz viele verschiedene Sachen gezeigt. Ich erkläre euch jetzt auch mal, was wir genau eigentlich gesehen haben. Also wir sehen einmal hier den Schnitt Freihand. Der ist, würde ich jetzt schon mal vorweg nehmen, eigentlich der, der am besten geworden ist. Der ist Freihand mit der Dozuki für Hartholz. Dann haben wir hier einen Schnitt mit der Veritas Zinkenhilfe. Zu den Hilfen sage ich gleich, oder beziehungsweise am Ende nochmal gesondert was. Den haben wir neben der Linie absichtlich. Warum das wichtig ist, könnt ihr euch jetzt gleich schon mal merken. Also der ist neben der Linie, da kommen wir gleich zu, wenn wir das ausgesägt haben. Dann haben wir hier einmal einen Schnitt mit einer Kataba. Einfach mal um zu zeigen, wie massiv der Unterschied in der Schnittbreite ist. Wir sehen also, wenn wir das vergleichen, wir haben hier Dozuki, Ryoba und Kataba. Kataba ist wirklich so breit, da kann ich den Stift reinstecken. Das geht bei den anderen nicht. Und dann haben wir hier nochmal mit einer anderen Sägehilfe auch nochmal mit der Ryoba einen Schnitt. Also was das Ganze jetzt nochmal veranschaulichen soll, ist so ein bisschen sozusagen die Fortsetzung vom Freitag. Wir sehen, die Wahl der Säge hat schon einen relativ großen Einfluss darauf, wie unser Bild am Ende aussieht. Was wir nämlich auch sehen, das müssen wir gleich nochmal ganz detailliert uns angucken, ist, dass auch die Zahnauswahl wichtig ist. Denn wenn wir uns den Schnitt von der Kataba angucken, sehen wir, dass der Zahn für das, was wir vorhaben, nicht unbedingt prädestiniert ist. Jetzt sägen wir aber gleich erstmal hier das mittlere Material raus. Wir können jetzt auch nochmal anzeichnen, was in diesem Fall eigentlich weg soll. Nämlich das hier. Das machen wir jetzt mit einer Laubsäge und dann geht's weiter. Wenn wir uns jetzt hier den Schnitt von der Kataba angucken, sehen wir a, dass der auf jeden Fall von allen drei nicht der sauberste ist und b, sehen wir hier dieses kleine Dreieck, was stehen geblieben ist. Das ist nicht schlimm, das müssen wir nur auf jeden Fall wegstemmen und das ist bei der Kataba deswegen so viel deutlicher zu erkennen als bei den anderen, weil das Sägeblatt und auch die Sägezahnstellung natürlich viel breiter und deutlicher ist als zum Beispiel hier bei der Dozuki, wo wir wirklich einen ganz, ganz feinen Schnitt haben. Insofern, ob man eine Kataba für Verbindung nimmt, ich weiß es nicht. Was wir hier jetzt eben gesehen haben, ist, wir haben mit der Sägehilfe die geraden Schnitte gemacht, dafür sind solche Sachen wirklich hervorragend geeignet und wir haben die Mitte grob ausgesägt. Warum mache ich das? Ganz einfach, dieses grobe Aussägen entfernt einen Großteil des Materials, das wir entfernen wollen. Der Vorteil ist, wenn wir hier stemmen, dann komprimieren wir das Holz immer, weil wir Druck ausüben und mit etwas da rein wollen, was da eigentlich nicht reinpasst. Das heißt, dadurch besteht immer die Gefahr, dass wir beim Stemmen weiter nach hinten rutschen. Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass wir uns hier einen Block Holz drauf zwingen oder ihr diese Stemmhilfe nutzt, die ich euch letztens gezeigt habe. Ansonsten ist es so, wenn wir das Material so wie eben schon grob wegsägen, dann haben wir schon viel Material aus dem Weg und wenn wir dann, so wie ich das hier mache, uns die Linie einmal anstemmen und dann davor das Material einfach runterstemmen, dann geht das wesentlich einfacher. Es ist ein bisschen, wie wenn wir Schinken abschneiden. Das geht natürlich auch viel einfacher, wenn wir vorne dünne Scheiben schneiden, als wenn wir versuchen, den ganzen Schinken gleich aufzusägen. Insofern, das ist so ein kleiner Trick. Auch das, wenn ihr das macht, bei mir in der Berufsschule oder in der Meisterschule war es so, das hat sonst gar keiner so gemacht und alle haben ungefähr so geguckt. Was ist das denn? Ich finde es super, es geht nämlich sehr schnell. Und was ihr auch gesehen habt, ist, wir haben heute mal meine Zinkenstemmeisen benutzt und warum die sehr vorteilhaft sind, sieht man hier an der Form, wie sie gebaut sind. Man kann also wesentlich besser in den Ecken nacharbeiten, die die Zinken hier haben, denn das sind ja doch Winkel, die so ein normales Stemmeisen meistens nicht hat. Das heißt, wenn wir mit einem normalen Stemmeisen hier reingehen, laufen wir immer Gefahr, dass wir das Holz hier eindrücken, wegdrücken oder vielleicht sogar etwas wegstemmen, was wir gar nicht wegstemmen wollen. und deswegen ist diese, ja, ich sag mal, fast Dreiecksform der Zinkenstemmeisen wirklich sehr, sehr gut geeignet für sowas. Wenn man viel zinkt, dann macht das sicherlich Sinn. Was wir jetzt machen, wir müssen jetzt natürlich dieses Teil aufs andere übertragen und auch da jetzt die große Frage, hm, welches Teil zeichnet man eigentlich zuerst? Ich habe jetzt ja die Schwalben angezeichnet, oft ist es so, dass die Zinken zuerst angezeichnet werden und auch da wieder in der Schule ist es so, dass meistens zuerst die Zinken gemacht werden. Ist das in der Realität auch so? Ist doch scheißegal. Ihr könnt doch, wenn ihr selber in eurer eigenen Werkstatt seid oder selber Meister seid, das machen, wie ihr wollt. Da geht es nicht mehr darum, in der Schule eine gute Note zu bekommen. Und ich zum Beispiel finde es wesentlich angenehmer, erst die Schwalben zu machen und dann die Zinken. Warum ist das so? Das sehen wir nachher erst, aber die Zinken, finde ich, sind deutlich einfacher nachzuarbeiten als die Schwalben. Und warum das so ist, zeige ich euch gleich nochmal, wenn wir bei den Zinken sind. Jetzt aber nochmal ganz kurz, wir erinnern uns zurück, der eine Schnitt mit der Sägehilfe, der war ja etwas neben der Linie, das können wir hier auch noch sehen. Ist das nicht schlimm? Das passt doch dann alles nicht mehr. Doch, denn der Riesenvorteil bei dieser Verbindung ist, wir machen das so, wir zeichnen jetzt mit Stück A, das können wir uns auch mal draufschreiben, dass wir es uns merken, also mit dem Schwalbenstück, Stück B an. Das heißt, theoretisch, rein theoretisch, können wir Stück A so beschissen sägen, wie wir wollen. Wenn wir es genau auf Stück B übertragen und Stück B dann genau passend sägen, dann ist es völlig egal, denn es muss passen, weil wir es ja mit Stück A anzeichnen. Klingt ein bisschen verwirrend, ist aber eigentlich super cool, weil dadurch nimmt man sich doch sehr den Druck. was wir jetzt machen ist, wir zeichnen das nächste Stück an, wie das am besten geht, zeige ich euch jetzt. Wenn wir jetzt das Ganze übertragen wollen, dann gibt es da einen relativ einfachen Trick, wie das super einfach geht. Wir legen uns hier mal unseren Hobel hin und legen dann unser Stück Holz in die Spannzange und richten das auf die gleiche Höhe aus wie den Hobel. Dann spannen wir das Ganze fest, legen den Hobel etwas weiter weg und können dann auf den Hobel unser Stück A legen, was wir gerade schon ausgearbeitet haben, das Schwalbenstück. Und das legen wir uns jetzt einfach hier passend drauf, so, dass wir keine Luft mehr sehen. Also wir wollen ja genau passend arbeiten. Gucken, dass das rechts und links schön bündig ist und jetzt kommt der große Clou, wie übertragen wir das? Das könnt ihr mit einem Messer machen, mit einem Bleistift, wie auch immer. Was ich sehr gut finde, ist ein solches Teppichmesser. Die sind sehr, sehr dünn und meistens relativ scharf. Was wir also machen ist, wir legen uns das hier passend drauf, gucken nochmal, dass wir, wenn wir einen Überstand haben sollten, weil wir zum Beispiel ein bisschen Material lassen zum Nachputzen, gucken wir, dass der auf beiden Seiten gleich ist, üben hier oben den Druck aus und gehen dann mit dem Messer einfach hier einmal die Schwalben nach. Also wenn wir jetzt sozusagen das mit dem Messer hier anreißen, dann ist das sehr, sehr gut. Einen Vorteil können wir uns zu Nutzen machen, wenn wir jetzt ziemlich genau, zumindest im richtigen Winkel gesägt haben, dann können wir jetzt einfach nur hier vorne ein bisschen markieren und nehmen dann wieder unsere Zinkenlehre und legen die hier drauf und können damit die Linien perfekt verlängern, weil wir wissen, dass wir in diesem Winkel oder in diesem Verhältnis gesägt haben. Das funktioniert natürlich nicht, wenn wir wie Kraut und Rüben gesägt haben. Das ist ganz klar. Dann funktioniert das leider nicht. Aber mit ein bisschen Übung ist das Sägen der Zinken eigentlich gar nicht so schwierig und wir haben ja eben gerade auch gesehen, dass eigentlich der Schnitt ohne Sägeführung am Ende der sauberste war. Insofern, das ist also ganz cool. Was wir jetzt natürlich machen müssen, wenn wir es hier oben einzeichnen, müssen wir die Linien hier noch runterziehen und natürlich auch hinten. Das machen wir jetzt. Eine ganz wichtige Sache, die wir uns bei allen Verbindungen immer vor Augen halten müssen, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel hier sehen, oh, da sind wir aber sehr gerade, aber genau eigentlich zu weit von der Linie weg. Da müssen wir uns erst mal überlegen, ist das auch wirklich so? Weil eventuell haben wir hier ja einfach nicht gut angezeichnet. Das kann ich, deswegen sage ich das, von hier oben schon sehen, dass ich diese Linie nicht richtig runtergezogen habe. Und überprüfen können wir das sehr einfach. Wenn wir das Ganze so rumdrehen und hier sehen, A, da sind wir aber genau an der Linie und B, hier auch. Das heißt, verlasst euch nicht zu sehr auf eine Seite. Betrachtet euer Werkstück immer dreidimensional, denn es ist dreidimensional und nicht selten kann sowas schon falsch sein, weil wir einfach nicht hundertprozentig genau angezeichnet haben. Was wir jetzt machen ist, wir sägen das beides wieder mit der Bügelsäge raus und dann geht es weiter. Und dann geht es nochmal zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Wir setzen den Vöger aus, bis zum nächsten Mal. Wir setzen das, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hatte ja gesagt, dass es einfacher ist, hier die Zinken nachzuarbeiten als die Schwalben. Und ich erkläre euch jetzt auch mal, warum das meiner Meinung nach so ist. Bei den Zinken können wir, wenn es nicht passt, einfach hier mit einem breiten Eisen gerade runter arbeiten, nicht richtig eingespannt. Bei den Schwalben ist das schon ein bisschen schwieriger, da müssten wir ja in einem Winkel nacharbeiten oder wir müssten das Ganze flach hinlegen und dann runter stemmen. Und da haben wir meiner Meinung nach so ein bisschen die Gefahr, dass wir es a übertreiben und b zu sehr irgendwie vielleicht doch rausrutschen und was wegstemmen, was nicht weg soll. Hier finde ich, geht das wesentlich besser, gerade das Eisen einmal, zack, runter, fertig. Jetzt müssen wir das Ganze gleich noch zusammenstecken. Wenn wir das Ganze jetzt, so wie ich gerade, hier zusammenhämmern und das jetzt schon eigentlich zusammen ganz gut aussieht und das auch vom Winkel her sehr gut eigentlich aussieht und das meiste auch zu ist, wir aber feststellen, okay, vielleicht habe ich irgendwo noch eine kleine Lücke oder sowas, dann ist es ganz sinnvoll, wenn man zum Beispiel während des, also jetzt nicht während der Leim alles noch hin und her schieben kann, aber wenn es schon relativ zu ist und der Leim noch ein bisschen feucht ist, dann kann es Sinn machen, dass wir dann mit dem Schleifgerät einmal drüber schleifen, damit sich auch in diesen ganz kleinen Lücken, die wir vielleicht noch haben oder beim ersten Mal vielleicht auch etwas größeren Lücken, ist ja auch nicht schlimm, dass sich da einfach noch ein bisschen Schleifstaub absetzt, mit dem Leim eine schöne Verbindung eingeht und das Ganze schön geschlossen ist. Ich schleife jetzt auch einmal drüber und zwar, weil wir hier noch Bleistiftlinien zwischen den Verbindungen haben. Zwischen den Verbindungen? Ja, genau, zwischen den Verbindungen haben. Das muss nicht sein, die schleife ich einmal weg, dann schauen wir uns das Ganze nochmal von nahem an und sprechen einmal über die Hilfsmittel, die wir heute benutzt haben und ob die Sinn machen oder nicht. Wenn ihr jetzt also mit eurer Verbindung, so wie ich, fertig seid, dann sieht die eigentlich schon mal sehr schön aus. Ich finde, Zinken sind eine der definitiv schönsten Verbindungen, die man machen kann, vor allen Dingen, wenn man bei der Gestaltung so ein bisschen, wie ich ja anfangs gesagt habe, diesen Mainstream verlässt und die Sachen macht, die dann wirklich gestalterisch auch schön sind. So wie hier finde ich das sehr, sehr ästhetisch, wenn die Zinken hier wirklich ganz dünn auslaufen und was ich auch finde, was man schnell lernt, ist, man bekommt so ein automatisches Gespür für Aufteilung und Gestaltung. Also hier habe ich jetzt ja nicht ewig drüber nachgedacht, aber automatisch kommt durch Übungen so etwas zustande, dass wir hier einen halben haben, hier einen halben, da einen ganzen. Das sieht einfach toll aus, sieht schön aus, ist was Besonderes. Jetzt will ich mich auch nicht so lange selber loben. Es geht ja darum, euch zu loben und euch zu sagen, was man machen kann, wenn es gerade am Anfang mit den Zinken noch nicht so läuft. Ich finde, Zinken sind, das sage ich jetzt nochmal einmal vorweg, eine der leichteren Verbindungen. Warum? Keine Ahnung. Es liegt mir irgendwie. Ich mag die sehr gerne. Trotzdem gibt es, wie gesagt, die Hilfsmittel, die wir heute angesprochen haben. Diese Zinkenlehre hier würde ich jedem empfehlen, weil das macht das Anzeichnen sehr, sehr einfach. Wir können auch hier immer gleich zwei Striche gleichzeitig zeichnen. Das heißt, wir können hier den Schrägen und den Geraden in einem Zug machen. Dadurch wird es präziser und das, was ich ja hier vorhin als Fehler absichtlich eingebaut habe, dass die Linie nicht ganz stimmt, das ist hiermit eigentlich sehr schwer hinzubekommen. Da muss man sich schon doof anstellen oder so wie ich mit Absicht machen, um euch zu zeigen, was wir jetzt ja auch sehen. Wir können bei A, also bei dem Schwalbenstück eigentlich ziemlich viel falsch machen. Wenn wir es richtig anzeichnen, passt es am Ende trotzdem. Was wir auch gesehen haben beim Sägen ist, wir haben einmal diese Katzmoses-Sägehilfe gesehen. Ihr fragt mich, auch wenn ich das in diesem Video ja erklärt habe, immer noch jeden Tag 40 Mal, was ist das für ein durchsichtiges Ding? Das Katzmoses-Ding. Hilfe! Dieses hier. Das gibt es in Deutschland nicht zu kaufen. Das gibt es nur bei Katzmoses zu bestellen. Das kommt dann aus den USA, dauert, nervt. Trotzdem ist es super für eigentlich alle Schnitte, die man bei solchen Verbindungen machen muss. Also das einmal nur, dass ihr es nochmal gesehen und gehört habt. Katzmoses! 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 Und was wir auch heute benutzt haben, ist die Veritas Zinkenlehre, beziehungsweise nicht Zinkenlehre, sondern Zinkensägehilfe. Auch 1 zu 8. Finde ich, hat einige Vorteile dem Katzmoses-System gegenüber, nämlich dass wir es ja hier einfach festschrauben können. Das heißt, wir müssen es nicht mit einer Zwinge festzwingen oder festhalten. Das ist sehr angenehm. Das ist allerdings, glaube ich, wenn ich nicht, vielleicht habe ich es auch noch nicht richtig verstanden. Achso, doch, man kann auch gerade Schnitte damit machen. Jetzt verstehe ich es gerade erst. Ja, also das ist für Zinken definitiv auch super. Ich habe es jetzt gerade erst, oh Gott, ich habe das Ding schon voll lange und raff das jetzt erst. Ups! Man kann das nämlich auch hier umstecken und dann kann man alle Schnitte machen. Gut, siehst du, oder sehe ich, auch ich habe heute wieder was dazugelernt. Oh Gott, wie blöd. Naja, gut. Jedenfalls, das ist auch eine super Alternative, gerade fürs Sägen, weil da kann man natürlich viel falsch machen. Ich verlinke euch alles mal irgendwie unten. Ihr könnt gucken, was für euch gut ist. Ganz großes Aber. Ganz großes Aber. Meine Meinung zu solchen Sägehilfen ist, wenn ihr ohne Sägehilfe nicht sägen könnt, dann kauft ihr euch nicht. Finde ich, weil man es dann einfach nicht lernt. Also man sollte schon lernen, selber sägen zu können. Das Ganze macht es jetzt ein bisschen entspannter, macht es auch schneller, weil man einfach durchfliegt und gut. Das Problem ist nur, gerade wenn ihr in der Lehre seid, wenn ihr euch zu früh angewöhnt damit zu arbeiten und dann seid ihr in einer praktischen Prüfung und habt immer nur damit gearbeitet, dann ist die Chance, dass ihr es dann ohne das Ding voll verkackt ziemlich hoch und das ist ziemlich blöd, weil ihr dann einfach euch selbst beschissen habt, weil ihr einfach nicht wirklich sägen könnt. Wie sägt man richtig? Keine Sorge, das gucken wir uns auch noch an. Wir haben jetzt ja gerade erst über Sägen gesprochen. Das aber nur zum Thema Hilfsmittel. Man sollte auch ohne diese Hilfsmittel klarkommen und ohne jetzt zu sagen, ich bin der Allergeilste hier. Nein, bin ich definitiv nicht. Aber der Schnitt, den ich am Anfang freihand gemacht habe, der hat mir, finde ich, persönlich am besten gefallen. Ja, insofern lernt es am besten einfach richtig. Dann ist man nicht so angeschmiert, wenn man es nicht hat. Das ist das, was ich sagen will. Also bescheißt euch nicht selber, bescheißt auch andere nicht, das bringt ja auch nichts, weil am Ende muss man ja immer mit sich selbst und seinen eigenen Gedanken ins Bett gehen und wenn man dann denkt, ich bin voll der Arsch, dann bringt das ja nichts. Huch, voll abgedriftet. Gut, das also jetzt die Hilfsmittel, die wir heute benutzt haben. Wie gesagt, auch den Zinkenstemmeisensatz, den kann ich euch ausnahmsweise sogar auch mal verlinken. Ihr fragt ja ganz oft, welcher mein anderer Stemmeisensatz ist. Der ist von Ioroy, den gibt es da, glaube ich, einfach nicht mehr zu kaufen. Das tut mir leid, den schon. Das Ding bei allen Verbindungen ist, das sage ich nochmal, üben, 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 üben und fühlt euch nicht scheiße, wenn es nicht perfekt ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde gerade bei solchen Verbindungen von Hand, wir sehen das jetzt gleich hier nochmal, ist so ein kleines Detail, was zeigt, dass es einfach nicht hundertprozentig perfekt ist. Ich finde, das macht es eigentlich aus, so wie die Risslinien, die teilweise auch noch zu sehen sind vom Streichmaß. Das zeigt, dass wir von Hand gearbeitet haben. Das macht das Ganze besonders. Und am Ende des Weges machen wir es ja von Hand, damit es von Hand ist und nicht wie vom Roboter aussieht. Insofern macht euch nicht verrückt. Viel Spaß beim Üben. Eine wichtige Sache habe ich die ganze Zeit vergessen. Ich muss am Anfang irgendwie eine Infokarte einbauen, damit das viele am Ende gucken. Ihr schickt mir ganz viele Fotos und deswegen hat einer von euch vorgeschlagen, ob wir nicht einen Discord-Server aufmachen. Ehrlich gesagt wusste ich nicht mal, was das ist. Ich musste das nachgucken, beziehungsweise mir dann auch nochmal erklären lassen. Jetzt weiß ich es. Und was wir da machen könnten, ist, wir könnten da über eure Verbindung, über eure Projekte sprechen, auch über meine, über Projektideen und hätten da sozusagen unser eigenes kleines Forum. Also ein bisschen ab von YouTube, weil da ist es in den Kommentaren doch alles jetzt mittlerweile ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten. Ich lese alle, aber ich kann nicht mehr alle beantworten. Das schaffe ich nicht. Deswegen die Frage, sollen wir einen Discord-Server aufmachen, wo wir uns eure Projekte anschauen, Projektideen besprechen und einfach uns austauschen können. Ja oder nein? Die Umfrage kommt hier. Und was wir in diesem Zug auch machen könnten, ganz viele von euch schicken mir Projekte und sagen, kannst du dazu nicht mal was sagen? Und die Frage ist, ich meine das gar nicht abwertend oder böse oder weil ich euch irgendwie in die Pfanne hauen will, sollen wir mal eure Projekte auch vorstellen? Denn, ich glaube, wir können ganz viel noch mehr lernen, wenn wir nicht nur meine Projekte angucken, sondern auch vielleicht einmal im Monat, was ihr so macht, woran ihr so arbeitet, vielleicht auch was die Probleme sind. Das ist ja auch super, wenn jetzt einer sagt, Mensch, ich habe den Schuhschrank gebaut, aber irgendwie, das hat hier nicht hingehauen. Das ist ja eigentlich eine perfekte Vorlage, um zu sagen, so könnte man es vielleicht retten oder so kann man es anders machen. Oder wir gucken uns einfach die Sachen an, die mega geil geworden sind und sagen, mega, die Community ist voll geil. Insofern, sagt gerne Bescheid, was ihr von diesen Ideen haltet, das sollte eigentlich irgendwie mehr in die Mitte oder am Anfang vom Video, aber es ist, wie es ist. Wir sehen uns am Mittwoch wieder, was wir da machen, huhuhu, wird wie immer wild. Also bis dahin, genießt euren Sonntag, bis dahin, tschüss. Und auch Zinken gehen als Hut und es steht mir gut.